Und wir beginnen mit der Kunstwirtschaft der Lebenshilfe. Mein Name ist Hilde. Ich stehe hier, um euch einmal zu sagen, dass ich finde, was wir jede Menschen von dem Tod retten müssen. Egal, ob er verhungert, ertrinkt oder erschossen werden soll. Jeder hat ein Recht auf ein friedliches, glückliches Leben. So wie wir. Und egal, wie wir das machen, ob wir Geld geben, die Menschen retten oder sie bei uns aufnehmen. Wir müssen teilen. Dann bekommen wir auch was zurück. Denn wir sind unteilbar, weil wir alle Menschen dazu gehören. Und wir sind unteilbar, weil wir alle Menschen, die 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 Menschen, die